Herzlich willkommen beim Business Talk am Kudamm. Heute sprechen wir mit Aman Salhadar, dem Managing Director der World Security Systems AG, über Sicherheit der Blockchain-Technologie. Herr Salhadar, herzlich willkommen beim Business Talk am Kudamm. Schön, dass Sie heute da sind und ich freue mich riesig auf dieses Thema, denn es ist aktuell, es ist spannend und wir alle müssen darüber noch sehr, sehr viel mehr lernen. Und zwar geht es um die Blockchain. Und Ihr Unternehmen entwickelt Blockchain-Technologien und auch Anwendungen. Und das bekannteste Beispiel, was uns natürlich allen im Kopf ist, ist die Kryptowährung. Ist das denn auch Ihr Schwerpunkt? Nicht wirklich. Also die Kryptowährungen als solches war eigentlich die erste Anwendung, in der es um Blockchain geht. Und es haben sich ja viele Use Cases danach ergeben, über die Jahre, eigentlich schon Jahrzehnte, muss man sagen, weil Bitcoin gibt es ja schon über 12, 13 Jahre. Wir sind spezialisiert auf dem Fälschungsmarkt, speziell da, weil es einen extremen Handlungsbedarf gibt und aufgrund von gefälschten Medikamenten sterben fast eine Million Menschen jedes Jahr oder eben im Ersatzteilbereich. Also da ist ein riesen Handlungsbedarf. Darauf haben wir unseren Schwerpunkt gefasst. Und im Konsumentenbereich haben wir auch eine App entwickelt, die sich auf Lost and Found, also Diebstahl, Verlust, konzentriert. Wenn wir uns jetzt mal die Produktion von Kryptowährungen anschauen, ganz vor allem natürlich auch der Bitcoin, den alle kennen, dann steht diese Währung ja auch wegen dem recht hohen Stromverbrauch in der Kritik. Muss denn Ihre Blockchain mit demselben Problem kämpfen oder haben Sie das anders gelöst? Bitcoin war eigentlich die erste Generation, wenn es um Blockchain-Anwendungen geht. Und damals hat man das Proof of Works auch genannt. Da wird auch geschürft im Endeffekt, damit nicht nur neue Coins im Prinzip gemeint oder geschürft werden, aber auch Transaktionen bestätigt werden. Und das braucht natürlich extrem viel Energie. Aber über die Jahre hinaus hat sich die Technologien im Blockchain-Bereich wirklich sehr, sehr verbessert. Und wir verwenden im Prinzip eine sehr, sehr energieeffiziente Blockchain, die auch sehr nachhaltig ist. Sie können das vergleichen wie einen Router, den man benötigt, damit man ins Internet heute gehen kann. Für welche Anwendungsgebiete ist denn Ihre Technologie dann ganz besonders geeignet? Wie ich schon vorher erwähnt habe, im Pharma-Bereich denke ich, ist es ein riesengroßes Potenzial, weil bedenkt man heute, dass gut, wenn man heute ein Medikament von der Apotheke oder vom Arzt verschrieben bekommt, dann kann man davon ausgehen, dass es 100 Prozent authentisch ist. Aber leider Gottes auch durch Corona herbeigerufen, ist es so, dass viele Leute über Online-Apotheken bestellen und nicht verifizieren können, ob das Medikament ein Fake ist oder authentisch. Und da denke ich, ist diese Technologie sehr gut, weil man im Prinzip durch QR-Codes oder NFC-Chips, so nennt man die, sehr schnell mit einem herkömmlichen Smartphone feststellen kann, ob das Produkt ein Original ist oder nicht. Okay. Um das vielleicht auch für unsere ZuschauerInnen etwas mehr zu verdeutlichen, haben Sie vielleicht einen Use Case, wo Sie das mal so ein bisschen näher erklären können, so praktisch? Klar. Also wir haben hier, ich kann das auch zeigen, bildlich, also wir haben hier zum Beispiel eine Schweizer Firma, die im Lebensmittelbereich tätig ist und für die war es wichtig, im Prinzip die Lieferkette, im Prinzip die Ingredienz, was in diesem Produkt sind, dem Endkonsumenten vorzuweisen. Da das Produkt relativ günstig ist, also unter 20 oder 20 Euro, ist ein QR-Code sehr angebracht, weil man weiß ja, herkömmliche QR-Codes, die man auf Packaging sieht, verweisen eigentlich nur den Endkonsumenten auf eine Website vom Brand-Owner, also vom Hersteller, aber zeigt eigentlich nicht wirklich, was ist in dieser Lieferkette oder was sind die Ingredienzien, Rohstoffe in diesem Produkt oder bis zum CO2-Abdruck kann man feststellen, ist das jetzt ein klimaneutrales Produkt in meinen Händen oder nicht und das kann man heutzutage machen und das kann im Prinzip jedes Smartphone, indem man im Prinzip auf die Kamera, jetzt habe ich ein bisschen viel Licht hier, Moment, indem man im Prinzip die Kamera startet am Smartphone, auf den QR-Code im Prinzip hinweist, also hier sieht man im Prinzip die Lieferkette, hier sieht man, dass das Produkt ein Original ist und was für Ingredienz hier drinnen sind und hier kann man sich im Prinzip dann auch als Kunde registrieren, das heißt, man kann mit einem Schlag im QR-Code viele Anwendungen machen, indem man nicht nur die Lieferkette sieht, aber sich als Kunde registrieren kann, was ja auch bei vielen Firmen ein Mast ist im Endeffekt. Spannend und vor allem auch einfach zu handeln. Sie haben gesagt, natürlich ist es fatal, wenn Medikamente gefälscht sind, aber wie hoch sind denn die Schäden durch solche Produktfälschungen, die durch den Einsatz von Blockchain-Technologien reduziert werden können? Haben Sie da so ein paar Summen vielleicht auf Lager? Also der Fälschungsmarkt ist im Moment 900 Milliarden Dollar schwer, also jedes Jahr verlieren Firmen knapp 900 Milliarden Dollar aufgrund von Fake, also Falschfälschungen und wir sind der Meinung, dass man mit der Technologie und wenn man sie auch richtig implementiert, bis zu 30 Prozent reduzieren kann von diesen Fälschungen. Also da sind wir felsenfest überzeugt, wenn nicht sogar 37 Prozent. Aber es ist noch ein langer Weg, sage ich jetzt einmal, weil die Adaptionszeit bei neuen Produkten dauert ein bisschen. Okay, trotz allem muss man sich die Summe einfach nochmal auf der Zunge zergehen lassen. 900 Milliarden Euro ist unglaublich viel. Das müsste doch aber im Interesse der Unternehmen und natürlich auch der Markeninhaber ein riesengroßes Thema sein, hier aktiv zu werden. Wie hoch ist denn aktuell die Bereitschaft, eben auch deshalb in Blockchain-Technologien zu investieren? Also bei großen Konzernen sieht man das, ob es jetzt eine Bosch oder Siemens ist, die Blockchain-Anwendungen verwenden. Bei den KMUs oder ich sage jetzt einmal bei den anderen Lebensmittelfirmen oder wo man im Prinzip da auch im Pharma-Bereich ist, da schon ein gewaltiger Nachholsbedarf. Das haben wir auch festgestellt durch unsere Gespräche. Und wie gesagt, ich bin überzeugt, dass das kommen wird. Aber wie bei jedem neuen Produkt braucht es eine gewisse Zeit, Anlaufzeit. Jetzt haben wir eben auch gerade über den QR-Code gesprochen, der sicherlich auch eine bessere Variante ist, als einfach nur ein Link zu einer Website. Aber 100% sicher ist es ja auch nicht. Gibt es denn noch Möglichkeiten darüber hinaus? Absolut. Also der QR-Code ist an sich verwendet worden bei uns für Produkte, die einen geringen Preis haben. Weil er kostet im Endeffekt nichts. Man kann ja, wenn man jetzt zum Beispiel bei diesem Case 1.000 Flaschen hat, dann hat man 1.000 Unique, also vereinzelnde QR-Codes. 1.000. Das heißt, jedes Produkt hat seine eigene Identifikation, seine eigene Seriennummer und das kann man abrufen. Klar kann man einen QR-Code fälschen. Das ist leicht zu machen. In dem Fall ist es natürlich so, dass man das vielleicht nochmal einmal fälschen kann, weil man kann natürlich durch Geo-Fencing sehen, wo dieser Scan gemacht worden ist. durch die IP-Adresse des Smartphones und könnte dann wirklich feststellen, ob das kopiert worden ist. Aber es gibt natürlich wesentlich bessere Technologien, wie zum Beispiel NFC-Chips oder RFID-Chips, die wir implementieren auch in Etiketten oder sogar in Produkten. Kleinsten Produkten, also diese NFC-Chips, können so groß sein wie ein Fingernagel, die ist so groß wie ein Reiskorn. Und die sind sehr, sehr effektiv. Die kann man dann nicht mehr fälschen, weil die einen eingebauten im Prinzip Krypto-Prozessor haben. Das bedeutet jedes Mal, wenn man einscannt, ändert sich diese Nummer, diese UID-Nummer im Endeffekt. Und dadurch kann sie nicht gefälscht oder kopiert respektive geschont werden. Super spannend und auch vielen Dank, dass Sie das doch so verständlich erklärt haben. Denn ich glaube, es ist für viele ZuschauerInnen doch nochmal ein ganz neues Thema und somit hilft es ein bisschen besser einzusteigen. Dankeschön. Danke Ihnen.